So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14. Hier steht Spieler des Monats bekannt gegeben. Schau mal, wer das so ist. Cruise! Oha, mein Glückwunsch an dich. Ja, du warst hier auch dabei, bei Spieler der Woche und du bist dann auch gleich Spieler des Monats. Wunsch, sehr schön. So, wer noch von euch, jetzt, ich sag's jetzt seit Anfang noch von jedem Part, wer hier dabei sein möchte. Kann sich gerne noch melden. Sind noch Plätze frei. Und ja, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, meldet euch. Ihr könnt gerne, gerne mitspielen. So. So werden wir heute wieder spielen und los geht's gegen Schalke. Gegen die haben wir ja schon mal mächtig Probleme gehabt. Beziehungsweise sind wir einfach nur gegen die im Pokal rausgeflogen. Dummerweise. Ach nein, da hab ich jetzt gar keine Lust drauf. Und volle Meere drüber. Bam! Bam, 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 bam. So, los geht's. Schau mal, wie wir uns diesmal schlagen. Schalke ist natürlich schon ein bisschen eine Hausnummer, finde ich. Komm, spiel mal. Wir spielen defensiv. Sehr, sehr schön. Schade. Schade. Kommt, Rolltwein, Deiner. Sehr gut. Flaschi, nimmst du den Ball mit? Danke. Oh. Das war dann doch zu einfach. Verdammt. Die haben ganz schöne Probleme. Himmel. Zu weit. Da kann man wohl nichts dagegen ausrichten. Ulreich heute im Tor bei Deiner. Aber da steht's 1 zu 0. Daxter. Mein Glückwunsch. Schönes Tor. Gute Vorlage, Borchardt. Eingenetzt vom Feinsten. Damit führen wir in der siebten Minute mit 1 zu 0. Starkes Tackling. Bob Manu. Sehr, sehr geil. Haha. Wie geil. Daxter. Schönes Ding. Wie ging in der rein? Das ist ja cool. Die verhaute Flanke. Dann angenommen. Und dann so. Mit dem Rücken zum Tor. Hinfallen lassen. Geschossen. Drehung. Monster. Stunt. Welcome to Superkickers. Oh, oh. Ne, oder? Wie spät kann man bitte pfeifen? Ja, okay. Ich hab mich aber auch erwischt. Und gelb gibt's auch noch. Hat er sich jetzt echt viel Zeit gelassen. Ja, er hat halt wieder blöd rübergezogen kurz davor. Ist halt scheiße. Ja, wir haben's gesehen. Mist. Hunde la machten. Einen Foul-Elfer. Die und ihr Affe herleute. Die mag ich gar nicht. Ja, es war abseits. Es war offensichtlich, aber Sandro immerhin hättest du ihn gemacht. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass er heute noch ein Tor schießt. Lächerlich. 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 Wir müssen definitiv unsere Reaktionszeit trainieren. Foul, hallo? Klasse! Und, es gibt, glaube ich, Ecke. Bin mir jetzt auch nicht sicher. Aber so wie der Hinrennt wohl eher ein Wurf. Zeh, Saison-Tore! Ja, nächste Saison wird's übler, glaube ich. Also, wie gesagt, nochmal, wenn ihr mit dabei sein wollt, ihr müsst aber bedenken, ich spiele das alles. Also, ihr könnt, sag ich jetzt mal, nicht aktiv hier dran teilnehmen. Das gab's ja auch schon mal die Vermutung. Aber ne, ich steuere hier jeden Spieler. Und wenn ihr dabei sein wollt, schreibt mir den Namen, den ihr im Spiel haben wollt. Und die Position vorzugsweise gesucht ist. Ist Abwehr und ein Torwart. Weil den Rest haben wir eigentlich sehr schön, Manu. Haben wir eigentlich schon relativ viel. Ja, kein Abwehr eigentlich auch. Ne, ja, Zentral-Defensiv. Ach, schreibt's einfach mal und notfalls werde ich euch halt woanders hinsetzen. Aber würde mich freuen, wenn sich noch so vier, fünf Mann melden. Dann haben wir eine gute Mannschaft, haben viele Leute. Und wenn man sich einer verletzen sollte oder sonst was, kann man das definitiv mal ausgleichen. Schösser. Gut geklärt. Stabil geklärt. Schön, wie sich der Wiener halt immer noch reingehen traut. Was war das denn? Im Strafraum grätschen. Für der Wiener kein Problem. Also, ich mein, ab und zu könntest du auch mal für uns einen Foulpfeil von Kumpel. Gut, haben wir Ecke, Sandro. Hast du schön rausgeholt. Und Borchard. Pfostentor. Geil. Und Borchard hier, tack, gegen Pfosten und rein. Sehr schön. Haben wir auch mal Glück, würde ich sagen. 3 zu 1 in der 37. So, Sandro. So, Sandro. Ha, ha, ha. Geil. Und Sandro. Der 38. Mit seinem 11. Saison-Tor. Nein, so schießt man zu viel Tore. Mal schauen, wie das nächste Saison wird. Schreibt mal in die Kommentare, was euch lieber wäre, ähm, zu spielen in Spanien. Warum, warum, warum nehme ich den nicht an? Oder Deutschland, oder England, oder Frankreich. Schön, gut gemacht. Also, auf was ihr so am meisten Bock hättet. Ja, wenn so frei da zum Mann, äh, zum Kopfball kommst, kommst, ist das klar. Schaut mal an, wie die immer schieben, äh. Schaut mal an, wie die immer schieben. Oh, halt, kämpft wie eh und je. Oh, ha. Bist du für einer, Höger. Oh, schade. Tschernik knapp vorbeigeflogen. Das war ein bisschen übermütig von mir. Entschuldigung. Sechs Tore in der ersten Halbzeit, ey, das kann auch lustig werden. Schade, aber gutes Spiel, Jungs. Sehr, sehr gut, bis jetzt. Lass mal wieder alles so. Geil. Geil. 17 Saisontore Hunde erst Guter Versuch Guter Versuch aber leider nicht Da habe ich jetzt mal versucht aber Hat ja nicht so ganz geklappt Gibt Abstoß Krasses Ding Sandro Schöne Ein 5 zu 2 Warum spielen wir eigentlich nicht immer so Und da war da drin gesteckt Das hört sich jetzt ein bisschen zweideulich an Was kannst du eigentlich Deswegen kriege ich jetzt schon wieder von uns die gelbe Ah Hundela Für was das denn her Das zeigen sie natürlich nicht Was andere hast du noch Schöne ich ja nicht Schöne ich jetzt Schöne ich jetzt Kranker Junge alter Sehr schön Einfach nur sehr schön Kann man nicht sagen Also gut gemacht Der hat perfekt gepasst 6 zu 2 Oh schade Das wäre ein Gotteskontakt 31 Tore in der Liga bis jetzt Schöne ich sind Dunkel Ah BUM 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 Gleich, wusch, voll abgezogen, Torwart kommt raus, Torwart hat keine Chance. 7 zu 2. Wir spielen auf Weltklasse, Jungs, vergesst das nicht. 7 zu 4 Mann waren dann doch zu viel auf einmal. Huck, du holst manchmal so schön die Bälle und dann vergibst sie manchmal so leicht, ist echt schade. Okay. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt bin ich gespannt was wir machen, aber war ja klar, dass sie einfach weghauen würden. Okay. 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 Vielen Dank. Oh, nee, oder? Scheiß... Dreck. Aha. Da hab ich jetzt heute auszusehen auf die falsche Taste gedrückt. Ich voll kasper. Warum hatten eigentlich... Czernik und Flashy Seiten getauscht, frage ich mich grad. Wer kommt denn? Wer geht denn? Neustädter und Draxler kommen für Aogo und Boateng. Ja, was wechselst du denn jetzt wie Spiele? Bist du blöd? Eicher und Schön. Pressen, pressen, pressen. Daaaah. Mist. Hat aber schon mal gut geklappt eigentlich. Das war natürlich nicht gut. Ähm, ähm, ähm. W-Warum nimmst du noch an? Lupfen so ganz leicht drüber. Adolf, du warst wahrscheinlich... Warst also Bein zu ach ausgesteckt, dass du den Ball hättest kontrollieren können, sowas wollte ich sagen. Hm. Gut, dazwischen gestellt. Äh, die drücken mir grad ein wenig ab, muss ich sagen. Gut. Fläche hast du. Nicht. So, ich möchte noch eigentlich ein Tor ganz gern schießen. Dann ist es unser höchster Sieg, oder? Ähm, mein Freund. Warum haben die denn so viel Glück? Warum klappt jetzt gar nichts mehr? Oh, das ist ja traurig. aus, äh, 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 ist... Sieben zu zwei, haben wir gewonnen. Brutal schön. Das wird Ultranoden geben, hab ich sonst gefühlt. Ne, nicht mal. Bochert mit 8,5 der beste. Ja, Crews, leider voll für Schüssen. 10 Schüsse aufs Tor von 7 rein, ist mal ne super Bilanz. Crews, du willst mehr Gehalt. Ich kann dir leider nicht mehr geben. Ich versuch's halt einfach mal so. Warte mal, Saison, Team-Statistik. Bochert hat 30 Spiele, es ist einfach der öfteste, der auf dem Platz stand. Steiner erst 9, Bernd 10, 10 auch für LPN, 8 für César, 6 für Grab, oha. Also César, da muss ich dich wohl doch noch öfter aufstellen, definitiv. Wie sieht's denn jetzt so in Spanien aus, eigentlich? Real hinter Barca mit 6 Punkten. Meine Karriere, schauen wir jetzt mal. Höchste Niederlage, 4-1 gegen Dortmund, 8-0 gegen Werder Bremen. Achso, stimmt, das Spiel war und war ja auch erst. 115 Tore, 55 Gegentore, 37 Spiele. Das ist doch eigentlich hier, oder? Ne, 4 Spiele mehr. Ja gut, ich danke euch jetzt erstmal fürs Zusehen. Wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt in der Mannschaft, schreibt mir mit Namen, Position und Alter und dann passt die Sache. Wir haben's leider nur der Bochert in die Mannschaft der Woche geschafft. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag, macht das gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Schmidt.